Glaubt ihr echt, dass ihr freier seid, wenn ihr eure kleinen Hüften schwingt? Das stimmt nicht. Kein bisschen. Mama Emma. Wie weich? Gut. Wenn wir irgendwas für dich tun können, sagt Bescheid. Wir bleiben in der Nähe. Wir sind glücklich, rote Gesichter, erregt, verrückt, sexy, in Bewegung und plötzlich... Hey Mann, stehen da lauter Leute.